One, two, three. Morris liebt Illusionen. Im einzigen Kinderstar steckt eben noch ein Kind. Hier in die Garderobe der Bee Gees kommen sonst nur die engsten Betreuer, die Freunde und die Familie. Um sich auch unterwegs etwas zu Hause zu fühlen, nehmen die Gebrüder diese Einrichtung überall mit hin. Morris, der verspielte Typ, hat großen Spaß an der deutschen Toilettenspülung. Für Eddie, das Mädchen für alles, sind die Bee Gees, eine Art zweite Familie. In diesem Koffer landen die Teddies und die vielen glühenden Liebesbriefe. Hier liegen auch die begehrten Autogrammkarten. Es ist wirklich Spaß.